Moin und willkommen zu einer Sonntagsfolge von Kassenzone. Kleine Überraschung, ich habe vor ein paar Wochen Heizhandschuhe bei Temu gekauft. Da habe ich auch bei LinkedIn von berichtet und musste mir natürlich harte Kritik anhören, warum ich das denn mache und warum ich dieser Plattform vertraue. Und da kann man sich doch ganz schnell die Finger verbrennen in diesen Heizhandschuhen. Und nachdem ich sie dann geliefert bekommen habe und jetzt waren sie auch ein, zwei Mal im Einsatz und funktionieren schon nicht mehr, hat noch jemand bei LinkedIn kommentiert, warum unterstützt du denn nicht die lokale Ökonomie? Es gibt doch hier in Kiel einen Hersteller von Heizhandschuhen. Und mit dem habe ich diese Woche im Hamburger Office gesprochen und mal versucht zu verstehen, wie kompliziert es eigentlich ist, solche Produkte herzustellen, mit welchen unfairen Mitteln er bekämpft wird. Wohin die Reise geht, mit Technologieprodukten, die in Deutschland entwickelt werden und China produziert werden, wie schwer es für ihn ist, Produkte, die eigentlich durch jedes Prüfraster fallen, sowohl was Hautverträglichkeit angeht, als auch Elektronik oder Elektrovorschriften überhaupt sperren zu lassen. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Eigentlich nur mit dem Ziel zu verstehen, wie ich bessere Heizhandschuhe hätte kaufen können. Aber ich fasse das gleich nochmal im Abspann zusammen. Ich habe schon mit den Ohren schlackern müssen über die Sachen, die mir Rustam dort erzählt hat. Viel Spaß in dieser Sonntagsfolge. Rustam, willkommen. Heute geht es um das Thema beheizbare Handschuhe. Ich habe das gerade im Intro schon alles einmal erzählt. Aber bevor ich da irgendwas falsch erzähle, stelle ich mal ganz kurz vor, wer wüsste und was macht Wulpes? Okay, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Ich bin Rustam und zwar der Gründer von der Firma Wulpes. Wir sind seit 2016 dabei im Bereich Wearables und smarte Kleidung. Insbesondere mit dem Fokus auf Thermoregulation. Das heißt, wir entwickeln, produzieren und vertreiben Bekleidung und Bekleidungskomponenten, die sensorbestückt sind oder beziehungsweise Heizelemente bestückt sind. Ich hätte dich gerne schon vor acht Wochen kennengelernt. Ich habe dir das vorhin schon mal erzählt. Ich habe bei LinkedIn gepostet, dass ich bei Temu, meiner neuen Lieblingsplattform, über die ich ganz viel berichte, über Produkte gesucht, die ich da mal kaufen kann, die bei Amazon immer noch ein bisschen teurer sind. Und dann hat eine Freundin meiner Frau, hat behaltbare Handschuhe zum Geburtstag bekommen und habe ich gesagt, das ist ja eine gute Idee. Ich wollte schon immer mal behaltbare Handschuhe haben. Und dann habe ich diese Handschuhe hier bekommen. Ich halte meine Kamera. Also für die Leute, die nur zuhören, ihr könnt das auch bei YouTube hören. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie behaltbare Handschuhe überhaupt funktionieren, nach welchen Kriterien man irgendwie filtern kann. Und was müssen das eigentlich für Akkus da drin sein? Und dann hatte ich diese hier gefunden bei Temu. Die sehen bei Amazon so ähnlich aus. Und auch die Handschuhe, die die Freundin meiner Frau bekommen hat, sehen so ähnlich aus. Was ich da überzeugend fand, war das Konzept, dass man hier mit so drei Batterien arbeitet, die man dann irgendwie schnell aufladen kann. Dann dachte ich, das ist ja total cool. Dann bekomme ich irgendwie ein Produkt, bei dem ich mich jetzt nicht auf irgendeine dubiose Akkutechnologie einlassen muss, sondern man kann zumindest ja qualitative Batterien kaufen. Ich glaube, die Handschuhe jetzt haben gekostet 30 Euro mit Versand, bin ich mir nicht ganz sicher, aber so um den Dreh. Die Batterien und das Ladegerät haben 60 Euro gekostet, weil ich wollte natürlich Akkus haben. Hier müssen die Akkus 1,5 Volt haben. Normale Akkus haben ja immer nur 1,2 Volt. Naja, es hat einmal funktioniert, eine Stunde. Und seitdem würde ich sagen, ist die Funktion mindestens eingeschränkt. Und dann habe ich mich zurückerinnert in der LinkedIn-Diskussion, wo ich das gepostet habe. Hat nämlich einen Kommentator geschrieben, hey, warum kaufst du denn hier so einen billigen Kram aus China? Du musst doch mal die Local Heroes unterstützen. Ihr seid ja quasi, glaube ich, kommt ja ursprünglich aus Kiel. Ich habe gesagt, wie mega ist das denn? Das wusste ich gar nicht, dass man hier auch solche Produkte kaufen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir müssen jetzt mal eine Aufklärungssendung machen. Wie ist das überhaupt mit solchen Wearables und Elektronik aus China? Ja, wie schätzt das ein Profi ein? Und da bin ich auf dich gestoßen. So, wenn ich, du hast ja diese Handschuhe schon mal gesehen oder ähnliche Handschuhe schon mal gesehen und musstest bestimmt schon ganz vielen Freunden erklären, warum die jetzt anders sind als das, was ihr macht. Kannst du das jetzt mal hier für die Hörer und Zuschauer mal wiedergeben? Was ist eigentlich, was habe ich hier falsch gemacht oder was ist vielleicht hier dran nicht so gut, wie es sein müsste? Ja, darf ich mal so einen Handschuh haben? Ja, ganz beide, ich gebe dir beide Teile, das Akku, das Akkuding und ja. Ja, perfekt. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, relativ schwierig für den Konsumenten festzustellen, wie die Qualität des Produktes ist. Weil von den Bildern her sehen die alle irgendwie gut aus, professionell geschossen teilweise, manche sind semi-professionell. Aber im Endeffekt steht dabei jetzt bei der Handschuhe, die sollen heizen. Der Unterschied ist meistens im Vergleich zu den europäischen und den chinesischen Hersteller, dass die chinesischen Hersteller den Vorteil haben, die haben kein Risiko beim Verkauf. Das heißt, wenn die beispielsweise ein Produkt über Amazon oder über Temu oder wo auch immer ein Produkt verkauft bekommen, dann haben die schon mal das Geld bekommen. Wie das mit Retouren aussieht, bei Temu kann ich nicht genau sagen. Ob es ja auch die Retourenmöglichkeiten gibt. Ich glaube, es gibt schon eine Retourenmöglichkeit. Ich glaube aber, dass Retourenrisiko auf den Händler abgewälzt wird. Also der muss dann aus eigener Tasche zahlen. Ob die Ware dann zurückgeht nach China, kann ich mir nicht vorstellen. Entweder wird es wieder neu eingestellt von Temu selber oder von dem Händler und wird dann aus Europa verschickt oder die Ware wird einfach verschrottet. Kann ich nicht sagen. Aber dadurch, dass die Handschuhe jetzt nicht mehr funktionieren, ich wollte es jetzt einmal mitbringen hier in den Call, würde ich diesen Retourenprozess natürlich einmal anstoßen, es auszuprobieren. Ich bin gespannt, ob das klappt. Grundsätzlich haben die europäischen Firmen generell das Risiko, dass sie Ware einführen oder beziehungsweise produzieren oder vertreiben, die im Endeffekt ein gewisses Sicherheitsrisiko haben. Und unabhängig von der Funktionalität gibt es ja einmal das Thema, funktioniert das Produkt ja oder nein? Und hat es ein Gesundheits- oder beziehungsweise ein Sicherheitsrisiko für den Kunden? Und das Letztere wird häufig nicht geprüft. Also Produkte, die aus China, also es haben sich ja teilweise Massenhersteller aus China darauf spezialisiert, auf Export. Und sie verkaufen nicht im eigenen Land, weil die wissen ganz genau, wenn die das im eigenen Land verkaufen würden, würden die quasi mit hohen Strafen rechnen oder teilweise Schließung von Firmen. Oh, das sind ein neuer Aspekt, den kann ich ja gar nicht sagen. Das heißt, es gibt quasi exportorientierte Hersteller, die wissen, dass die Kontrollmechanismen, die wir in Europa haben, nicht gut genug funktionieren, sodass man nicht jeden Scheiß verkaufen kann auf Amazon, Temu und Co. Und das nutzen die eiskalt aus, würden aber diesen Handschuh gar nicht in China verkauft bekommen. Genau, richtig. Weil dort die Kontrollen funktionieren? Richtig, genau. Ach so. Weil da die Kontrollen sehr streng sind. Und die Produkte... Also wir müssen nach China fliegen, um gute China-Produkte zu kaufen. Die gibt es auch, also die gibt es auch gute China-Produkte. Aber die Unternehmen, die halt nur auf den europäischen oder US-Markt spezialisiert sind, das ist also eine Art perfekte Membran für die. Also die bekommen das Geld, die kriegen quasi, können die Produkte verschiffen. Meistens, entweder haben die einen lokalen Händler irgendwo in Deutschland oder haben größer eine Firma in Deutschland, die quasi als lokaler Händler auftritt. Und wenn mal zu viele Retouren kommen oder zu viele Probleme sind, dann wird einfach eine neue Firma aufgemacht. Ah, krass. Da kennst du auch Cases? Ja, sehr viele. Ist das Hörensagen oder ist das in der Szene sozusagen eigentlich bekannt, dass das so ist? Das ist bekannt. Das ist, wenn man also bei fast allen, also nicht allen, aber bei sehr vielen Herstellern von Alibaba, wenn man die jetzt kontaktieren würde und sage, ich würde gerne weißbare Handschuhe in Deutschland, Österreich oder wo auch immer verkaufen. Die bieten super gute Preise an, genau solche, wahrscheinlich solche Qualität. Und nachher muss man selber schauen, wie man mit den Claims umgeht. Und wenn man die fragt, wie viele Stücke ihr in China verkauft, sagen die meistens null, weil die gar nicht für den Import ausgerichtet sind. Krass. Okay, das heißt, also die haben jetzt ja einmal funktioniert nicht gut. Also ich habe das Gefühl, dass quasi hier so ein, zwei Heizspiralen in diesen sozusagen oben drin laufen. Aber offensichtlich nutzt quasi die Elektronik im Handschuh nur einen ganz kleinen Spannungsbereich aus. Also wenn man von 1,5 Volt auf 1,45 Volt zurückfällt, das geht relativ schnell, weil die Heizung, glaube ich, sehr viel Energie kostet. Kannst du auch so erklären, wie viel Leistung man eigentlich braucht für so einen Handschuh? Dann gehen die schon aus und die haben eigentlich auch nur auf der höchsten Stufe funktioniert, in dieser einen Stunde, wo sie funktioniert haben. Das ist aber, wie gesagt, bei Amazon sehen die Handschuhe ganz genauso aus. Ich glaube, es sind fast auch die gleichen Produkte. Wie gehst du daran oder wie müsste ich eigentlich einen guten Handschuh kaufen? Nach welchen KPIs müsste ich das auswählen? Weil ich glaube, ich bin nicht erfolgreicher, aber ich bin ein sehr erfahrener Online-Kunde. Aber das ist wie eine komplett neue Kategorie. Jetzt würde man sich zum ersten Mal eine Solaranlage kaufen, muss man sich komplett einlesen. Und nur von den Bildern her wird man auch nicht schlauer. Und die Bewertungen sind zum großen Teil, naja, nicht glaubwürdig, würde ich mal sagen. Also da bin ich quasi in den Plattformen eigentlich aufgeschmissen. Hab aber deine Handschuhe, kannst du gleich mal erzählen, ihr macht ja auch Handschuhe. Hab ich aber nicht gefunden. Absolut, genau. Also das ist natürlich ganz kurz grob dazu, zur Auffindbarkeit. Also diese natürliche Firmen, die sich quasi darauf spezialisiert haben, auf Export, kaufen sich Rezessionen ein. Das ist, glaube ich, bekannt. Und man sieht, man kann es anhand von der Anzahl der Rezessionen pro Monat oder pro Jahr sehen. Das heißt, also ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben ein neues Produkt gelauncht 2022, Ende 2022. Und wir haben jetzt seit fast zwei Jahren das Produkt am Markt oder Anfang 2022 und haben gerade mal über 20 Rezessionen, die organisch gekommen sind. Was ist das für ein Produkt? Das ist unser Vulpes Belly Belt, der beheizbare Wärmegürtel für den Abdominalbereich. Wenn man beispielsweise Probleme mit der Blase hat oder Menstruationsschmerzen bei Frauen oder Periodenschmerzen hat oder Endometriose, dann kann man das Produkt als eine Art Schmerzlinderung zur Unterstützung dazunehmen. Trägt man das nur im Winter oder ist das so ein ganzjahres Produkt? Das ist ein ganzjahres Produkt. Und generell sieht man halt, dass also deren Taktik, also ich sage es mal ganz grob, nicht alle machen das natürlich, aber die Taktik ist normalerweise, man fängt schon mal ab dem Sommer mit den Rezessionenkäufen an, weil die Amazon-Algorithmen, wenn es zu viele auf einmal kommt, dann werden die blockiert, die Produkte. Das heißt, man braucht eine gewisse Zeitspanne. Und meistens, wenn die Produkte beispielsweise, man kann es ja sehen, die werden mal genommen Juni 2023, werden die gelotscht. Und auf einmal zum Dezember, November, wo quasi die heißeste Phase für den Verkauf ist, also vor Weihnachtsgeschäft, da werden die, da kriegt man auf einmal 600 Rezessionen, was halt nicht glaubwürdig ist. Weil in der kurzen Zeit kriegt man so viele Rezessionen normalerweise nicht hin. Okay. Sag doch mal, wir haben jetzt wohl bisher noch gar nicht so richtig vorgestellt. Was macht ihr denn ganz genau? Ihr macht jetzt quasi diesen beheizbaren Gürtel. Also ihr macht beheizbare Wäsche. Kann man das so sagen? Nicht ganz. Also wir machen, also unsere Firma ist halt in zwei Bereichen unterteilt. Wir haben einmal das Thema Technologieentwicklung, wo wir quasi neue IoT-Produkte entwickeln, teilweise Sensoren, die wir sowohl im Wearable-Bereich mit einbauen, wie auch im stationären Bereich, wie auch zum Beispiel Betten. Da kann ich gleich ein, zwei Sachen zu sagen. Und der zweite Bereich ist halt unsere Marke, die Vulpes-Marke, wo wir quasi thermoregulierende Produkte verkaufen. Allerdings, wir entwickeln sowohl die Elektronikmechanik, also die ganze Architektur, wie auch die Software dazu. Und auch die Produktionsprozesse, was halt nicht so wirklich trivial ist, wenn man halt, wenn es, weil es eine Kombination aus Batterietechnologie ist, Elektronik, sehr viel Silikon und sehr viel halt Rubber-Materialien und auch Textil. Und mit unserer Brand haben wir uns auf zwei Bereiche fokussiert. Einmal das Thema Outdoor-Performance, also alles, was mit draußen zu tun hat, damit quasi das komfortabel ist, draußen zu sein, auch von beheizbaren Handschuhen, Westen und Einlegesohlen. Und wir haben den Bereich Wellness und Health, also Gesundheit, wo wir quasi gesundheitsfördernde Produkte verkaufen, die basierend auf der Wärmetherapie funktionieren. Also wie diesen Götter. Wie diesen Götter. Und Größenordnung, Umsatzmitarbeiter, wie muss man sich das vorstellen? Genau, also wir sind unter einer Million, was Umsatz angeht. Die Fähigkeit dabei besteht immer, bei Hardware genügend Produktionskapital zu finden, um überhaupt produzieren zu können. Und Mitarbeiter sind wir derzeit intern zwölf, haben aber auch viele externe Mitarbeiter, die mit uns zusammenarbeiten. Und die zwölf Mitarbeiter davon sind zehn Ingenieure. Und eine, die im Bereich Social Media aktiv ist. Und ich mache unter anderem der Rest. Okay, jetzt weiß ich ja, wie ein schlechter beheizbarer Handschuh aussieht. Wie wäre das denn bei euch? Ich habe Bilder bei euch auf der Webseite gesehen, du konntest jetzt gar nicht mitbringen, weil die sind ausverkauft. Genau. Ich wollte natürlich direkt, ich hätte auch Geld mit, um einen zu kaufen. Wirklich. Aber was kostet ein beheizbarer Handschuh bei euch? Und was ist Feature-Function, die da drin sind? Und wie unterscheidet sich das dann von dem hier? Genau, also unsere fingen an von 150 bis 200 Euro. Das ist so ungefähr die Kostenstruktur von unseren Handschuhen. Und man muss sagen, dafür, dass sie relativ teuer erscheinen, haben wir eine sehr geringe Marge, weil wir halt sehr viel im Bereich Produktionstechnik umsetzen, um quasi die Qualität hochzuhalten. Und ich gebe vielleicht zwei, drei Beispiele dazu, was bei uns unterschiedlich ist im Vergleich zu diesem Produkt. Zum einen natürlich das ganze Thema Elektronik. Und Elektronik ist ein Bestandteil, was der Kunde erstmal nicht sieht. Also man hat, also es ist ähnlich wie bei vielen anderen Produkten, ist es ein Silikonmaterial, wo quasi Elektronik mit reinkommt. Das ist nämlich hier dieser Taster. Und ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, wenn es um Elektronik geht, einfach mal zu zeigen, wie da die Unterschiede sind von intern, damit man auch mal sieht, was eigentlich der Unterschied im Preis auch ausmacht. Ja. Ich finde den Unterschied im Preis, jetzt wo ich ja, du hast, ich habe ja gesagt, 30 Euro bei der Handschuhe, 60 Euro mal die Batterie. Die Batterie ist ja bei euch dabei. Oder die ist dabei, genau. Wieder aufladbar. Da bin ich ja bei denen ja schon bei 100 Euro. Also sozusagen, da finde ich jetzt 150, 200 Euro, finde ich jetzt gar nicht so weit weg, dafür, dass das ja ein in Deutschland entwickeltes Produkt ist. Und wo produziert ihr das? Der Unterschied ist, das hängt vom Produkt ab, also die Handschuhe normalerweise in Italien. Genau. Okay. Aber das ist in Europa produziert, deswegen finde ich den Preis gar nicht so krass unterschiedlich. Aber jetzt zeigt man, du hast hier zwei Geräte mitgebracht, das ist jetzt so ein bisschen wie bei Galileo. Achso, genau. In der Online-Sendung. So, hier habe ich ein Gerät, das ist jetzt für beheizbare Matratzen, oder was war das? Das ist jetzt, genau, für beheizbare Decken. Decken, okay. Genau, das ist einer der oder beheizbare Blanketsdecken. Das ist nämlich eine Leiterplatte, die quasi als Power Supply gilt ebenfalls, also quasi die Verteilung von Leistung. Und was ist so dein erster Eindruck, wenn du dir den anschaust? Ich hoffe, dass das nicht so frei in der Decke rumliegt, aber hier sind ja quasi die drei Taster. Das heißt, darüber liegt ja wahrscheinlich dann nur eine einfache Plastik, damit sie diese drei Taster erreichen. Genau, richtig. Und das wird ohne weiteren Trafo quasi so nicht decklos geschehen. Genau, richtig. Und das ist halt, es gibt auch sehr viele, sehr viele, ich sage mal, Fälle, wo Produkte teilweise schmelzen, wo das Gehäuse schmilzt, wenn zu viel Leistung oder das nicht gut abgesichert ist. Und wo auch teilweise Verbrennungen, also Kundenverbrennungen haben und sie beschweren und auch teilweise, ja, größere, ich sage mal, Feuer, die dann... Ist das die Heizwecke, von der man immer bei diesen Kaffeefahrten spricht? Es gibt auch bei Kaffee, es gibt auch, ich weiß nicht, du kennst diese Kaffeefahrten, wo Leute einem alten Omas und Opas in einem Bus, in irgendeinen Gasthof gekarrt werden, müssen sich dann acht Stunden lang von einem Vertreter was anhören, der verkauft Heizdecken überteuert für 2000 Euro. Ja. So möchte ich mir das vorstellen. Ja, ungefähr, genau. Und dass es der Qualität ist im Endeffekt völlig, also die gleiche Qualität, ob du jetzt die bei Amazon kaufen würdest oder bei Temo, die Qualität ist die gleiche. Also die, wir haben nämlich... Was kostet so eine Heizdecke? Unterschiedlich, also teilweise 30 bis 60 Euro, je nachdem, was für einen Produzenten man nimmt. Und in der Heizdecke, wenn ich das einfach verstehe, in der Heizdecke, das ist hier wahrscheinlich ja dann der Verbinder intern. Genau. Das heißt, hier hinter hängen dann quasi Heizspiralen sozusagen hier an dem Ende. Genau, das ist eine Stecker, Steckverbindung. Genau, eine Steckverbindung sozusagen, die laufen dann vielleicht, hier laufen, keine Ahnung, zwei, drei Kreise, laufen dann durch die Decke irgendwie durch, irgendein Kupferdraht, der dann heiß wird, korrekt? Genau. Okay. Das wirkt jetzt nicht so, ich meine, das wirkt jetzt quasi wie ein Bauteil für zwei Euro in Summe, plus vielleicht nochmal die Kabel drei Euro. Und das andere Bauteil, das habt ihr auch gebaut? Das ist quasi, aber das macht das Gleiche, was jetzt hier liegt? Fast das Gleiche. Also das Bauteil, was du hast, also vielleicht ein, zwei Punkte dazu nochmal zu sagen, also die gesamten Kosten für das Bauteil plus Decke, plus Decke, kann man für unter 5 Dollar herstellen. Ah, okay. Also das heißt, die ganzen Komponenten, die hier sind, die jetzt finden sind, also wahrscheinlich das gesamte Bauteil kostet maximal eineinhalb Dollar. Das ist nur so zum Verständnis, weil ich werde gleich mal die Preise nennen, für das, was wir verwenden, für die Komponenten und sieht man dann den Unterschied. Und die haben, also das Bauteil hat schon eine Sicherheit drin, also es ist nicht so, dass es gar keine Sicherheit hat und zwar das ist nämlich der Fuse und das ist nämlich das Teil hier. Welche? Das hier, das schwarze Teil, was so ein bisschen verbogen ist. Und das ist die Sicherung? Genau, die Sicherung. Es funktioniert auch nur einmal, das heißt, wenn zu viel Überstrom kommt, dann platzt das Ding auf und dann funktioniert es nicht mehr. Also zumindest gibt es eine Sicherung, das ist schon mal positiv. Allerdings wissen wir gar nicht, wir haben versucht mal herauszufinden, woher das Bauteil kommt, weil die Sicherung, also jedes Bauteil müsste zertifiziert sein. Das ist es natürlich hierbei nicht, weil viele von den Bauteilen sind entweder nicht beschriftet oder kann man gar nicht erkennen, man weiß gar nicht, wo die herkommen. Aber wenn ich jetzt so eine Decke kaufe und wahrscheinlich sind dann die meisten Decken bei dem Preis bei Amazon mit solchen Teilen bestückt, das wäre gar nicht legal, das in Umlauf zu bringen. Genau. Aber trotzdem sind die meisten Produkte, gegen die ihr konkurriert, eigentlich diese nicht zulässigen Produkte. Genau. Das ist leider, also es gibt leider viel zu wenige, viel zu wenig Regulierung. Also es gibt die Gesetze, aber die Durchführung, die Umsetzung, also der... Aber müsstest du nicht quasi dann einfach immer Testbestellungen machen einmal am Tag und die Händler abmahnen? Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren bei den Behörden probiert. Und zwar bei den Behörden. Ich habe das nämlich einige, wir haben uns in unserem Team mal ein paar Wärmegürtel gekauft und die mal aufgemacht und geschaut. Also billige Wärmegürtel, Konkurrenzprodukte zu eurem. Richtig. Wir haben teilweise Sachen in ein Labor geschickt, also Material, um zu sehen, wie chemisch giftig die sind und die sind tatsächlich nicht, eigentlich dürfte man die nicht in Europa verkaufen. Viele von den Komponenten haben Blei drin, also von den Elektronikbauteilen. Auch nicht erlaubt? Bitte? Das ist auch nicht erlaubt? Das ist auch nicht erlaubt, genau. Also es gibt halt nämlich, es gibt ja mit einer Handvoll Zertifizierungen. Es gibt halt ROHAS, REACH und welche für Textilien und natürlich CEMC. Da gibt es um, also bei CEMC geht es um elektromagnetische Verträglichkeit. Also wie viel Strahlung quasi kommt raus bei der Durchführung, bei der aktiven Durchführung der Heizleistung beispielsweise. Und bei den anderen geht es mehr um das Thema, welche Materialien stecken in den Produkten mit drin, also ob es bleifrei ist oder nicht, ob da andere giftige Chemikalien drin sind. Also solche Gesetzbestimmungen gibt es bereits in der europäischen Union seit Jahren, aber die Durchsetzung und der Rausfilterung von den Produkten, die gibt es halt sehr selten. Also es gibt mit Sicherheit Behörden, die daran arbeiten. Aber die haben zwei Schwierigkeiten. Einmal das Thema Amazon, da kommen die nicht weiter und einmal das Thema... Nein, weil Amazon sagt, das ist eine Verpflichtung des Händlers, die haben dann gar nichts zu tun? Genau, die sagen, genau, richtig. Das ist ja eine Plattform quasi. Und wenn ich jetzt diese Handschuhe einschicken würde an so ein Labor, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit sind die auch unverträglich oder würden diese Hürden reißen? Schwierig zu sagen. Also kann ich wirklich nicht sagen, weil die, die wir probiert haben, wir haben damals nur Wärmegürtel probiert. Und bei uns war nämlich das Problem oder das Thema, wir haben nämlich auch teilweise Frauen, die schwanger sind und die unsere Produkte verwenden und wir wollten die vorher... Also wir haben den Rückengurt, den wir entwickelt haben, da haben wir 95 Prozent Bambusmaterial genommen dafür. Genau bewusst, dass wir keine chemischen Materialien dafür nehmen und haben dadurch die sowieso ins Labor schicken müssen, um zu prüfen, ob dieses Bambusmaterial auch wirklich chemiefrei ist. Also zum größten Teil. Und parallel haben wir dann mich die anderen mitgeschickt und gesagt, okay, was ist denn der Unterschied? Ah, und wie viele von diesen Gürteln, die ihr mitgeschickt habt, sind durchgefallen? Also aus jetzt euren, aber welche sind durchgefallen? Genau, also bei Materialien zwei, also zwei von fünf. Wir haben fünf insgesamt geschickt und zwei hatten Bestandteile, also Restbestandteile in Textilien drin und die anderen drei waren bei der Elektronik allerdings versagt. Also alle Produkte sind durchgefallen. Genau, aber der größte Punkt ist halt gar nicht, also der größte Punkt ist halt im Endeffekt die Elektronik an sich und die Batteriesysteme. Batteriesysteme ist super entscheidend, weil da kann ich auch gleich sowas zu sagen. Lass uns jetzt mal kurz bei der Elektronik bleiben, dann mischen wir nicht so viel. Ja, ja. Und dann kann ich schon mal hier, was du da noch mitgebracht hast, mal auspacken. So, jetzt habt ihr jetzt hier quasi ein äquivalentes System entwickelt, also auch für ein Halbsteck ist deutlich größer, schwerer, sieht massiver aus, also es ist deutlich mehr drin verbaut, aber hat quasi wahrscheinlich die gleiche Funktion und hier ist auch gar nicht direkt quasi die Bedienung dran. Genau, fast. Die würde über eine Fernsteuerung wahrscheinlich laufen oder? Über die App, genau. Über die App sogar, okay. Aber erzähl mal, was kostet quasi sowas? Ja, genau. Also wir haben das Projekt einmal für einen Kunden gemacht, der Matratzen herstellt und zwar wollte er gerne die Matratzen beizbar machen, dann macht es quasi über die App. Aber das sind nicht eure Matratzen oder eure Decke, sondern das ist eine Auftragsarbeit von euch. Das ist eine Auftragsarbeit, genau, die wir für den Kunden haben. Da seid ihr das Ingenieursbüro quasi. Richtig, genau. Und dadurch, dass wir Erfahrungen in dem Bereich haben, war es für uns halt, ja, war es für uns einfach so etwas umzusetzen. Der Unterschied ist einfach, der Unterschied ist, also drei Unterschiede, einmal das Thema Effizienz, also wir haben ja die Effizienz von dem Produkt getestet, das ist ungefähr, kommt circa bei 60 Prozent raus, das heißt, wir haben 40 Prozent Verlust durch Wärme teilweise und durch, Wo geht die denn hin? Geht die in dieses Bauteil? Ja. Weil da wird sie umgewandelt. Genau, die wird quasi, Ich halte das mal ein bisschen näher in die Kamera, aber erzähl mal weiter, ja. Genau, wir haben, bei der Effizienz haben wir 90 Prozent bei diesem Bauteil. Hier ist es billiger. Ja, erzähl weiter. Ja, klar. Genau, die Effizienz beträgt hier bei 90 Prozent bei uns. 90 Prozent, also von der Energie, die reingeht, könnt ihr 90 Prozent in effektive Wärme umwandeln, aber Wärme, wo ihr sie haben wollt. Hier wird die Wärme ja quasi umgewandelt an einem Platz, wo ihr sie nicht haben wollt. Und hier kann man das andere Bauteil mal sehen. Können wir noch Fotos machen nachher. Haben die Leute, die den Podcast nur hören und nicht bei YouTube, sehen auch nichts von, aber die können sich ja dann anstrengen. Genau. Zweitens, wir haben, also wir haben einen Transformator drin, tatsächlich, einen Trafo drin, der, und auch viele andere Bestandteile, die das Ganze isolieren. Also das heißt, wir haben einen extrem hohen Schutz in diesem Bereich. Also weil wir, es gibt nämlich, es gibt ja sowas, es gibt ja Gesetze oder ein bisschen Rechnungen, wo man quasi elektrische Geräte entwickeln kann. Man muss unterscheiden zwischen Elektrik und Elektronik. Das, was du zum Beispiel hier siehst, ist halt Elektronik, also quasi alles, was unter 50 Volt ist und alles, was über 50 Volt ist, ist halt Elektrik. Und wenn solche Bestandteile wie das hier, was auch Elektrik ist, im Endeffekt entwickelt wird, dann sieht man das sehr, sehr stark, dass es nicht nach Richtlinien entwickelt wurde. Und die Richtlinien gibt es nach einem bestimmten Grund oder aus einem bestimmten Grund. Und zwar geht es immer um die Sicherheit des Kunden. und dies bei uns, wenn irgendwas passiert, man genau im Wasser fließt rein oder irgendetwas passiert in diesem Sinne oder vielleicht eine Überspannung, kann die Elektronik das Ganze abfedern. Und das heißt, der Kunde hat im Endeffekt keinen Schaden dadurch. Krass. Ja. Okay, aber preislich. Preislich, genau. Wenn du jetzt quasi hier das Bauteil hast du gesagt, kriegt man so mit Kabeln am Ende so für zwei Dollar. Und wenn du jetzt das herstellst? Genau. Also je nach Hersteller, allein der Trafo kostet hier bei uns, wir haben das für 12 Dollar eingekauft von einer US-Firma. Das ganze Gerät oder nur der Trafo? Nein, nein, nur der Trafo. Nur der Trafo, genau. Und wenn man zum Beispiel andere Markenhersteller nimmt, wie zum Beispiel Wirt Electronics, dann kostet das, also natürlich jetzt rein bei Mauser, also DigiKey, also wenn man jetzt einzelne Bestandteile kaufen würde, liegen wir da bei 25 bis 30 Dollar. Also das ist der Unterschied für ein einziges Bauteil im Endeffekt. Und natürlich kommen da noch ganz viele andere Aspekte, wie zum Beispiel der MCU, also der Mikroprozessor ist noch drin und ganz viele andere Sicherheitsaspekte. Das heißt, der Gesamte, nur die Elektronik hierbei kostet knapp 40 Euro. Also als Muster. In der Herstellung, wenn man zum Beispiel sagt, wir entwickeln, wir produzieren davon 10.000, 100.000 Stück, dann wird der Preis natürlich fallen, dann liegen wir vielleicht bei 20, 25 Euro, aber dennoch nicht bei 2. Okay, aber über Faktor 10 quasi über dem günstigen. Und das auch nur bei einer skalierten Produktion. Genau. Okay, aber die Matratze, die dann so einen Hersteller verkauft, in der so ein Bauteil drin ist, da sprechen wir ja wahrscheinlich auch über 1.000, 2.000 Dollar oder Euro dann für die Matratze, wo dann, wenn da dann irgendwie 40 Dollar oder 30 Dollar elektronisches Bauteil drin sind, das ist ja fair. Genau. Also das macht ja auch Sinn. Okay, und Elektronik verstehe ich. So, dann ist ja wahrscheinlich, wenn das hier irgendwie 2 Dollar kostet, ist ja die Elektrik, die hier drin verbaut wird, wahrscheinlich nur 1 Dollar wert. Wenn überhaupt, sozusagen inklusive des kleinen Knopfes drauf. Also sozusagen ist da ganz, 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 ganz günstig und wahrscheinlich, wenn da jetzt irgendwie Wasser draufkommt, sozusagen gibt es da nicht diese schützenden Effekte, die man bei einer guten Elektrik hätte. Wobei ich mich immer gefragt habe oder ich mir gedacht habe, eigentlich ist der Kern dieses Produktes, muss ja irgendwie das Abrufen der Akkuleistung sein. Offensichtlich macht es hier einen schlechten Job bei diesen Handschuhen, weil es quasi nur einen ganz kleinen Spannungsbereich ausnutzt. Ich kann jetzt auch keine größeren Batterien reintun. Könnte ich schon, würde wahrscheinlich sogar funktionieren, ein, zwei Mal und dann brennt es halt irgendwie durch. Aber wie ist das? Also Akkutechnologie oder Batterietechnologie ist ja auch kein privates Thema. Wie kaufst du das ein und wie macht ihr das? Absolut nicht. Also wir haben eigene Ingenieure, die sich auf das Thema Batterie spezialisiert haben. Also wir entwickeln keine Batteriezellen, aber wir entwickeln die Elektronik für die Batteriezellen. Das heißt, die Steuerungselektronik, wie viel, was von der Leistung im Endeffekt abgegeben wird und welche Sicherheitsmechanismen greifen im Falle von Szenario 1, 2, 3, 4, 5. Ah, okay. Das heißt, ihr kauft dann nicht fertige Batterien dazu, sondern ihr geht zu einer Firma wie Universal, auch in der Nähe von Kiel. Die waren ja auch schon im Energiezone-Podcast. Ja. Und dann sagt ihr, okay, wir bräuchten jetzt für diese Spezifikationen, sozusagen, hier ist die Steuerung dafür, baut uns mal die entsprechende Batterie dafür. Genau. Also wir arbeiten mit Herstellern zusammen, die quasi uns nicht die kompletten chemischen Vorgänge natürlich sagen können, weil es deren Secret ist, also deren Geheimnis ist. Aber wenn wir beispielsweise, also angenommen, unser letztes Projekt, da ging es um Low-Temperature-Batterien, da ging es um Batterien, die für Temperaturen bis zu minus 40 Grad funktionieren, weil die normalen Lithium-Polymer gehen ja meistens bis minus 20 und dann schon vorher wird die Leistung sehr, sehr, sehr stark reduziert. Und bei diesem Hersteller von Batteriezellen haben wir quasi eine Art Core-Entwicklung gemacht. Also wir haben die Elektronik dafür entwickelt und die quasi die Batteriezellen dafür. Okay. Und jetzt kommen wir mal auf das konkrete Beispiel beheizbare Handschuhe zurück. Ihr schickt ja die Handschuhe dann für 200, nehmen wir das Beispiel jetzt für 200 Euro, bekomme ich jetzt von euch. Das sind dann festverbaute Batterien oder ist das irgendwie so eine kleine Powerbank, die da drin ist pro Handschuhe? Was kriege ich da von euch? Ja, das sind kleine Akkus, die mit drin sind. Die sind bereits mit so einem Hardcasing versehen und haben Elektronik drin und die Balladizelle selbst. Und wie lade ich die? Über USB-C? Genau, USB-C oder Micro-USB, je nach Generation. Die Balladizelle und Handschuhe, die wir damals gemacht haben, die konnte man über Micro-USB laden. Mittlerweile, die neuen haben wir teilweise über Magnet, aber die kommen noch, also die kommen nächstes Jahr oder dieses Jahr noch raus. Magnet ist dieses kabellose Laden, wenn man die irgendwo drauflegt auf so einer Ladosition? Induktiv haben wir auch ein Produkt mittlerweile. Was ist Magnet? Also über so einen Magnetstecker. Das ist quasi ein Magnetstecker und ein Stecksystem, welches wir reinbauen und damit wird es geladen. Wie lange halten eure Handschuhe? Zum Heizen? Also damit es irgendwie angenehm warm wird, wie lange hält das? Das hängt ganz stark von der Umgebungstemperatur ab und von der Wärme generell. Also die neuen Generationen der Handschuhe, die wir rausbringen werden, wir haben die optimiert auf das Thema Entladen bei unter 0 Grad. Das heißt, wir haben gar nicht, wir haben uns, also vorher war nämlich die Range bei uns plus 10, minus 10. Darauf haben wir ganz stark geachtet und wir haben auch übrigens die Klimakammer in Hamburg, Bergerow bei der Uni, haben wir nämlich verwendet für die Tests. Das Entladen an sich ist circa bei zwei Stunden nach der maximalen Leistung. Also das heißt, wenn wir maximal Power bei minus 10 Grad sind circa zwei Stunden ungefähr. Die neue Generation der Handschuhe hat eine deutlich höhere Leistung, aber auch eine bessere Effizienz. Also wir haben eine deutlich bessere Effizienz in der Übertragungsrate an die Wärmelemente und die Entladungskurven sind flach und deutlich ab, weil wir halt andere Chemikalien nutzen für die Batteriezellen. Das heißt, da kommen wir bei fast minus, also fast drei Stunden bei minus 10 Grad oder sogar minus 20 Grad. Wie lange braucht dann das Ding, um wieder aufgeladen zu werden? Ja, wir haben über Schnellladesysteme nachgedacht, haben aber es noch nicht umgesetzt, einfach vor dem Hintergrund, weil wir damit die Langlebigkeit der Batterie reduzieren. Okay, aber also circa zwei Stunden ungefähr. Okay, zwei Stunden ist ja fair, also es ist ja nicht so, dass man, ich weiß gar nicht, ob es Schnellladen hier überhaupt ein Case wäre, aber vielleicht für bestimmte Anwände, aber für die allermeisten wird das reichen und viel länger als zwei Stunden spazieren geht man jetzt auch nicht und so ein USB-C-Stecker oder so ein Magnet, obwohl ich finde den USB-C-Stecker deutlich sexier, weil man hat wahrscheinlich nicht immer sein Ladegerät dabei, wenn man jetzt irgendwo die Handschuhe mitnimmt, wenn man dann so einen Spezialstecker braucht mit dem Magnet, das wird ja bei Freunden dann wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber USB-C hat ja jeder. Ja, also es sind ja quasi zwei Enden, einmal das Ende zu den Handschuhen oder zu den Batterien der Handschuhe, das wird über Magnet geladen und das andere zu dem Adapter und das ist USB-C halt. Also das ist schon USB-C, das ist quasi dann angebassene Wäsche. Aber dieses Ladekabel muss man mitbringen, also muss das Ladekabel, wenn ich jetzt mal mit Handschuhen, wenn ich jetzt irgendwie Freundin suche, zwei Stunden zu denen laufe und dann nochmal laden will, dann müsste ich das Ladekabel mitnehmen. Ja, genau, das müsste man mitnehmen. Also es würde mir nicht reichen, ein USB-C Ladekabel irgendwo und sagen, okay, das geht jetzt ein bisschen zu weit ins Detail, aber jetzt, wo ich ja weiß, wie es nicht funktioniert, wenn ich mich natürlich auf den nächsten Kauf deutlich besser vorbereite. Aber wie, dadurch, dass du jetzt selber so in dieser Szene drin bist und diese ganzen Sachen kennst und noch weißt, was da irgendwie alles schiefläuft bei Amazon und Temu und Co., achtest du dann auch darauf, dass du jetzt nicht irgendwie einen billigen Toaster kaufst bei Amazon oder dich immer, du dich dann vielleicht fragst, hey, wie kann das sein, dass das hier in Deutschland bei dem hochregulierten Land alles verkauft wird? Wie guckst du da drauf? Also ich meine, du bist ja hart betroffen als Unternehmer, ja irgendwie doppelt sogar. Absolut, ja. Absolut. Also ich kaufe generell sehr wenig und dafür qualitativ hochwertige Sachen ein. Ich habe zum Beispiel, also wenn es um Elektrogeräte geht, bin ich sehr picky und habe mir das letzte Mal, was ich mir gekauft habe, war ein KitchenAid und als eine Art Mixer. Ich hatte nämlich zwei, drei Probe Mixer mal bestellt. Einen echten KitchenAid oder so Nachbau? Nee, nee, echten KitchenAid, genau. Und da merkt man auch den Unterschied. Da merkt man von der Mechanik her den Unterschied, wie auch von der Elektronik her und von der Leistung her vor allen Dingen merkt man den Unterschied total. Also ich, seitdem ich den gekauft habe, bin ich totaler Fan davon, ohne dass ich jetzt Werbung für KitchenAid machen möchte. Aber generell sind, es heißt ja immer, hochwertige Produkte müssen nicht unbedingt teuer sein. Im Fall der Elektronik würde ich das mehrfach überdenken, weil es hat schon einen Sinn, weshalb viele Hersteller, die Elektronik seit Jahren machen, die wollen ja deren Ruf nicht ruinieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Sony ein neues Gerät ausbringen würde, was totaler Flop ist oder was ständig kaputt geht oder elektrische Fehler hat und dann ist ja der ganze Ruf der Brand ruiniert und das sind ja quasi die... Ja, verstehe ich, aber ich meine, ich frage mich, warum quasi diese Hersteller oder auch die Plattformen das dann nicht transparenter machen, wenn wir dann sagen, kann man Handschuhe vielleicht nach Heizleistung ranken. Klar, da hast du natürlich die Gefahr, dass dann derjenige, der das Produkt einstellt, irgendeine Fake-Angabe da rein macht und es offensichtlich ja keiner kontrolliert. Dann sieht man es doch in den Rezensionen, bei denen auch die meisten gekauft sind. Also als Kunde bin ich ja total aufgeschmissen bei diesen Sachen. Entweder kann ich es mir leisten, das teuer zu kaufen. In eurem Fall kannte ich eure Marke noch gar nicht. Hätte man überlegen können, wenn das aus Kiel irgendwie kommt, wenn das irgendwie gut bewertet ist, dann kaufe ich das vielleicht da, aber ich habe es ja gar nicht gefunden. Also ich habe auch bei Amazon und auch bei anderen Plattformen lange runtergescrollt. Das ist ja überhaupt nicht trivial. Das ist so eine krasse Nische. Das zu finden, ist ja gar nicht so einfach, aber es wird auch nicht transparent gemacht von den Plattformen. Und als du das, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Behörden, als ihr versucht habt, das bei den Behörden zu melden, guckt mal hier, diese fünf Gürtel sind ja durchgefallen, zwei wegen Schadstoffe, zwei wegen Elektronik. Wie ist der Prozess? Wie kannst du das überhaupt melden? Und was war das Feedback? Es gibt Meldestellen, wo man das einreichen kann. Und bei den Meldestellen haben wir ein Feedback bekommen, dass zum einen, dass es bei Amazon schwierig mit dem Zugriff ist auf die Hersteller. Und zum anderen, dass Amazon sowieso vorhat, Regularien einzuführen, um das Ganze tatsächlich zu filtern. Aber Regularien bedeuten, Amazon fragt dann den Hersteller, habt ihr ein CE-Zertifikat? Zertifikat und dann der Hersteller sagt ja. Ob es nachher fake ist oder nicht fake ist, das testet keiner, das prüft keiner. Aber ist das ein Amazon-Problem oder könnte ich das gleiche Problem haben, wenn ich jetzt hier drüben zu Rossmann gehe und irgendeinem beheizbaren Handschuh aus der, oder auch bei, meinetwegen bei Lidl im Non-Food-Bereich, könnte es ja auch so ein Produkt sein, was beim Winter da ist. Sind die quasi genauso minderwertig? Das kann ich nicht sagen. Das müsste man, glaube ich, case-basierend sich anschauen. Und natürlich gibt es auch bei Amazon gute Produkte. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass Amazon ein total schlechter Produkt der Lidl ist. Glaube ich auch, aber die finde ich ja gar nicht. Die finde ich ja gar nicht, weil quasi dieser Rezension-Spam da drüber ist. Und vor allem bei Produkten, von denen ich selber gar nicht so eine große Ahnung habe, weil man die einfach nur alle 20 Jahre kauft, bin ich ja ausgeschüttet. Ich finde, ich würde euch auch nicht finden bei Amazon wahrscheinlich, weil der Algorithmus mir das nicht vorschlägt, oder ihr seid dann quasi auf Seite 10 und dann nur 20 Bewertungen oder 15 Bewertungen. Versus 1200 Bewertungen, dann entscheidet man sich natürlich für den anderen. Was hast du denn noch mitgebracht? Was ist in der Papierkiste? Dann gucken wir uns mal ein Produkt an. Genau, also wir haben nämlich zwei Produkte. Einmal ein Wärmegürtel für den Rücken- und Nierenbereich, so der Heatbell Pro. Okay, aber das ist jetzt nicht das, was für den Bauch ist? Genau, das ist nicht das für den Bauch ist. Genau, das ist der. Kannst du auch gerne auspacken und dir das mal anschauen. Ja. Das zweite Produkt ist halt der Recovery Brace, das ist unser neuestes. Das ist der Akku? Das ist die Powerbank, genau. Okay. Das sieht ja quasi aus wie eine in Anführungszeichen normale Powerbank. Könntet ihr die quasi bei einem guten Hersteller einfach so dazukaufen, wenn so grob die Maße passen? Es gibt ja quasi, oder würdet ihr ja sagen, nee, das ist so speziell, weil das irgendwie nah am Körper, da kommt irgendwie Schweiß dran, das muss euren ganz bestimmten, da könnte ich jetzt nicht irgendeine Anker-Powerbank von Amazon dranhängen. Doch, man kann, wir haben das bewusst kompatibel mit anderen Powerbanks gemacht. Der einzige Nachteil ist dabei, weshalb wir eine eigene Powerbank mitbringen auch, dass nicht jeder Powerbank hat eine gute Elektronik mit drin. Also Markenhersteller haben das schon. Das heißt, wir haben... Ist Anker ein Markenhersteller aus deiner Sicht? Schwierig zu sagen. Ich kann es ehrlich sagen. Die haben gute Produkte, man muss aber sehen, ob die Elektronik kompatibel ist mit unserer Elektronik. Also es gibt, ein gutes Beispiel, es gibt nämlich verschiedene Programmierungen von Powerbanks, der Elektronik der Powerbanks und es gibt manchmal Programmierungen, die speziell auf das Laden von Smartphones ausgelegt sind, wofür auch die Powerbanks eigentlich da sind. Und wenn sobald gewisse... Hier kommt es rein. Bitte? Ich habe nur geguckt, wo das reinkommt. Ach so, ja. Sobald bestimmte Ströme nicht fließen oder sobald die Leistung absinkt, dann schalten die Powerbanks, die externen Powerbanks unseren Gürtel aus, weil die Powerbanks ausgeschaltet werden. Hier haben wir das Ganze angepasst. Das heißt, unser Powerbank ist genau angepasst an die Ströme, die an den Wärmegürtel im Endeffekt abfließen. Und wie lange hält diese Powerbank jetzt für den Wärmegürtel? Die hat jetzt 62% noch, heißt, glaube ich, 62 auf der Powerbank. Ist das korrekt? Insgesamt bei der höchsten Stufe circa zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden ungefähr. Und bei der geringen circa vier Stunden. Ah, krass. Cool. Wie läuft das Geschäft mit diesen Heatable, Wearable Devices? Ist das quasi eine wachsende Nische? Ist das eine Trendnische? Oder ist das quasi so ein Superspezialding, keine Ahnung, bei dem ihr nur 20 Gürtel in Hamburg verkaufen könntet? Naja, also schon lost, dass es wieder richtig war? Läuft sehr gut. Und eine Sache dazu, wir verwenden halt bei diesem Produkt oder bei den ganzen Produkten im Therapiebereich Graphen-Technologie, das ist nochmal was Neues, hat eine extrem gute Effizienz und ist auch super sicher. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mal angenommen, aus Versehen würdest du jetzt mit einer Schere das anschneiden, würdest du da keinen Funken und keinen Kunstschluss bekommen, sondern das Höchste, was passieren kann, dass es irgendwann nicht funktioniert, weil wir die Kupfer-Elemente laminieren in so einer Folie und man kann sich das vorstellen wie so eine Art Graphen-Pad, welches wir auslegen, genau in dieser Form übrigens, in dieser Schwerterlingsform und lassen die Kupferbahnen, printen die, also quasi drucken die Kupferbahnen drauf und sobald ein, sag ich mal, ein Schnitt außerhalb der Kupferbahnen passiert, heizt weiterhin, also es passiert nichts damit, seitdem die Kupferbahnen wird beschädigt und dann halt das auch zu funktionieren. Okay, dann noch letzte Frage in der Spezialfolge, wie verkauft ihr denn eigentlich? Ist Amazon für euch überhaupt ein relevanter Kanal oder ist das eure Webseite oder ist das ein Thema für den stationären Fachhandel? Genau, also alle drei Sachen, also wir verkauft sowohl über Amazon, als auch über unsere eigene Webseite und wie auch stationären Fachhandel, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Frankreich momentan. Warum nicht in Deutschland? Weil wir bisher kein Distributor haben, der das macht. Wir hatten einige angefragt und bisher keine. so ein Produkt, was man in solchen Sanitärhandlungen bekommen würde oder ist das Apotheke oder irgendwas anderes? Genau, also in Frankreich Orthopädie-Shops, Sanitätsshops und Parapharmacies gibt es da, also so eine Art Mischwarenladen zwischen Pharmacie und anderen Equipment, also kann man auch Schienen kaufen. Und so ein Gürtel, wie teuer wäre der? Der kostet 89 Euro. 89 Euro und mit einer geringen Marge, weil der noch nicht so hohe sozusagen Mengen produziert, aber wenn ihr jetzt mal, keine Ahnung, 10.000 davon produzieren würdet im Monat, dann würde es signifikante Einsparungen bei den Produktionskosten dann schon geben. Absolut, genau. Okay, also du kannst es quasi jetzt schon für 89 Euro so an der Grenze der Profitabilität bauen. Das ist ja, glaube ich, für die Leute, die sich sowas kaufen und die das auch notwendig haben. Es ist, glaube ich, ja ein No-Brainer vom Investment. Und das wird auch in Europa produziert? Nee, der nicht. Also der produzieren wir in China. die Powerbanks sowie den Wärmegürtel, wir kaufen, also die Elektronik kaufen wir ein komplett und lassen uns nach China schippen. Und da haben wir nämlich sechs, insgesamt sieben bei den Produktschritte und die werden alle in China gemacht. Okay, und gibt es da nicht die Gefahr, dass dann, das ist ja immer so ein bisschen der sozusagen der, 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 ja, so ein Mythos, der da rumgeht, wenn die Chinesen, in Anführungsstrichen, die Chinesen rausgefunden haben, wie das irgendwie geht, dann bauen sie es irgendwie selber nach und verkaufen das dann selber billig. Ist da eine Gefahr für euch oder habt ihr da so ein Patentthema? Ja, wird ständig gemacht. Also die, unsere Produkte werden nach zwei Jahren immer kopiert. Das ist leider so. Aber du hast auch keine Alternative in Europa, das produzieren zu lassen? Das ist mittlerweile unabhängig davon. Man kann trotzdem die Produkte in Europa kaufen und dann nach China schicken lassen. Es gibt auch viele. Ja, aber du könntest ja eine Fabrik in Europa suchen, die dir so ein Gürtel produziert. Aber das ist quasi preis-leistungsmäßig gar nicht drin. Das hängt gar nicht vom Preis ab, sondern von der Qualität tatsächlich. Also wir haben nämlich versucht, nur ein Beispiel, wir haben versucht, die neuen beheizbaren Socken bei uns in Europa zu fertigen und haben von den ungefähr zwölf Lieferanten, die wir gefunden haben, haben zwei geantwortet. Der eine wollte Stückzeilen von 100.000 Stück haben, damit er das Ganze überhaupt nicht anguckt. Und der zweite hat gesagt, okay, wir probieren es mal aus. Das ist ein spanischer Hersteller. Wir haben mit denen einige Male hin und her probiert und die Qualität war sehr schlecht. Nicht von der Socke selbst, sondern von der Integration her. Die Integrationsqualität war sehr schlecht. Das heißt, weil die These, dass in China einfach diese, dass die die Produktionsfähigkeiten haben, das ist schon korrekt. Das ist korrekt. Die können es auch besser produzieren zu einem besseren Preis. Du hast quasi nur das Patentthema, was du kaum verfolgen kannst und warum einschränken kannst. Aber trotzdem machst du es. Also trotzdem entwickelst du neue Produkte. Keine Ahnung, jetzt das Nächste ist vielleicht der Wadenwärmer oder sowas, das immer nochmal irgendwie über die gewärmte Mütze zum Beispiel. Und wenn du weißt, wenn du vielleicht ein gutes Produktdesign hast, eine gute Konfiguration, kannst du das Produkt vielleicht in China zu einem ähnlichen Preis auch bald geben. Aber wenn die das nachkopieren, machen die dann Kopien für China oder für den Versand auch wieder nach Europa? Für den Versand nach Europa. Also sie schauen sich, es gibt ja Scouts, also es gibt ja solche Scouts, die sich mal die ganzen Amazon-Produkte anschauen oder Amazon, Ebay oder sonstige Plattformen anschauen und schauen, welche Produkte hohe Suchvoluminas haben und basieren auf diesen Produkten und bestellen die einfach mal Probe mal. Man kann ja auch von Amazon.de kann man auch nach China liefern lassen oder nach USA oder wo auch immer her. Und das sind ja auch teilweise nicht nur Chinesen, sondern auch viele europäische Firmen, die genau diesen Scout betreiben und sagen, okay, jetzt will ich mal Wärmekisten produzieren zum Beispiel oder andere Produkte und die gerade trendy sind und die würde ich der stelle ich dir nach China und lasse die mal reverse-ingenieren und lasse die mal produzieren. Okay, das heißt eine einzige Möglichkeit wäre eigentlich eine starke Marke zu werden, sozusagen die Qualitätsmarke für beheizbare Produkte oder im Bereich Wellness, nicht Wellness, sozusagen im Bereich Wearables, also Wearables für Gesundheitszwecke sozusagen da eine richtige Marke zu werden. Aber das ist natürlich auch total schwierig. Stimmt gibt es ja auch total krasse Marken für europäische Schuhe, aber die sind ja quasi nie so in der, du kommst ja quasi nie auf das, auf dem Markenniveau wie den Thermomix oder den KitchenAge oder andere Marken. Es bleibt ja immer eine Nische. Und dann kann der vielleicht, dann könnte vielleicht der chinesische Anbieter kommen und auf Amazon so eine ähnliche Marke schreiben, die so ähnlich irgendwie klingt, auch deutsch klingt und hier, guck mal, machst ganz viele Produkttests, bekannt auch in RTL und Galileo und dann bist du auch wieder aufgefressen. Also es ist gar nicht so einfach. Es ist eigentlich so ein Hase-und-Igel-Rennen, in dem du bist. Es ist überhaupt nicht einfach. Also man kann das lösen, das Problem ist. Das ist ja gemein. Mit genügend Kapital, was wir leider nicht haben. Man kann es problematisch auch schliessen. Noch nicht, nach diesem Podcast wird sich alles ändern. Mal sehen, genau. Der Vorteil dabei ist, bei unseren Produkten ist halt, dass wir nicht nur ein wärmendes Produkt verwenden und alle Vorteile, die man natürlich über Material, Elektronik und so weiter, sei mal dahingestellt, sondern wir bieten eine Art Guided Therapy an. Also das heißt, im Endeffekt, mit unseren Produkten hat man die Möglichkeit, momentan nur noch mit der Zeit zu spielen. Es ist halt zu sagen, okay, ich würde gerne, ich brauche für meinen Rückenschmerz oder für meine Atrivis, die ich habe, als Beispiel, brauche ich, ich sage jetzt mal, eine halbe Stunde Leistung, Wärme, eine gewisse Wärme, die ich stufenlos verstellen kann. Das kann man mit jedem Produkten bei uns machen. Und zukünftig wird das Ganze auch getrackt werden, sodass man sehen kann, okay, ich habe diesen Therapieansatz, den ich auch zu Hause machen kann. Dafür brauche ich nicht, zum Physiotherapeuten zu gehen zum Beispiel oder zum Arzt zu gehen, sondern ich kann das auch zu Hause machen. Und das ist so ein bisschen das heißt, wir wollen quasi dieses Thema Therapie und nicht nur Wärmetherapie. Du machst quasi so einen Bundle und dann idealerweise findest du auch noch einen Partner, der dieses Bundle, der dich vertreibt kann und die Apotheke Aktuellzeitschrift, darüber gibt es dann irgendwie dieses Bundle. Du kannst vielleicht so eine Wärmetherapie abonnieren, sodass du quasi rauskommst aus der sozusagen aus der Amazon-Fahrer. Aber was du ja beschreibst ist, wenn du nicht bundelst, wenn du nur das Produkt hast, egal wie innovativ du bist, sozusagen bist du permanent in so einem Hase-und-Igel-Rennen, was du eigentlich langfristig immer verlierst. Auch wenn du viel Geld hast und dann ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt produzierst, werden diese Scouts auch darauf kommen und werden es dann nachbauen und dann landest du wieder quasi hinter gefakten Rezensionen. Also das ist eigentlich ein nicht gewinnbares Spiel für dich. Ja und nein, das hängt ein wenig ab von den Kunden, weil wenn es weiterhin der Fall bleibt, dass Kunden, sage ich mal, sich dafür entscheiden, ein Produkt zu kaufen, was halt relativ, ich sag mal, ja, unbekannterweise und man weiß nicht, ob das die Sicherheitsstandards erfüllt oder nicht, dann wahrscheinlich ja. Wenn aber das Bewusstsein kommt, ich meine, wenn zum Beispiel die gleichen Unternehmen, die solche Produkte produzieren, wenn die die gleiche Qualität und die gleiche Leistung produzieren würden, wären die auch locker über den, also bei den Kosten, die wir auch haben. Okay, aber gut, dann ist dein Lösungsansatz, dann ist dein Lösungsansatz, eigentlich müssen dann die Regelungen und Gesetze, die wir haben, einfach durchgesetzt werden und das würde für dich eigentlich schon eine deutlich bessere Marktkonstellation. Also wenn das der Fall wäre, dann gäbe es keine 10, 15 Euro Heizdecken zum Beispiel mehr. Schlecht vielleicht für jemanden, der 15 Euro Budget hat für so ein Produkt. Gut, der setzt sich ja in der Gefahr aus, dass sein Gebäude abbrennt, wo noch andere Leute drin sind. Es ist halt ein Risiko, also es passiert nicht, also es gibt ja genug Konsumenten, denen es noch nicht passiert ist und ich glaube auch, dass es auch, das Risiko ist da, aber es passiert halt nicht jedem. Okay. Krass, krass. Also, ja, die Sonntags-Spezialfolge habe ich eine Menge gelernt, da muss ich jetzt auf der Rückfahrt nach Hause, kann ich dann eine Menge Gedanken mitnehmen. Ich brauche auf jeden Fall den Link sozusagen zu der neuen Generation der Halshandschuhe, da bin ich auf jeden Fall schon mal ein Käufer, kannst du mich schon mal anmelden, für und bedanke mich schon mal für deine sehr, sehr offenen Antworten und auch so ein bisschen den Einblick hinter die, Kulissen und dann versuche ich nachher mal diese Themen-Handschuhe zu retournieren und halte euch auf dem Laufenden, was damit geworden ist. Vielen Dank. Viel Erfolg damit. Danke. Danke. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja schon im Podcast zwei, drei Dinge zusammengefasst, unter anderem die Erkenntnis, dass Produzenten in Asien, insbesondere in China, eigentlich nur für den amerikanischen, europäischen Markt produzieren, Unternehmen, weil die Kontrollmechanismen in beiden Märkten überhaupt nicht funktionieren, zum großen Teil versagen. Das ist natürlich traurig zu hören, dass aber die Mechanismen, die vom Gesetzgeber schon vorgesehen sind, überhaupt nicht greifen und eher zu einem Nachteil von Produzenten wie Rustam gereichen. Das ist schon krass zu hören und lässt mich so ein bisschen nachdenklich zurück, weil mir nicht ganz klar ist, wie man das auflösen kann. Mit einer großen Initiative, wir gegen chinesische Plattformen wird es nicht getan sein. Auf der Regulierungsseite ist eigentlich auch nicht mehr notwendig und die einzelnen Behörden tun sich schwer, dort gegenzuhalten. Die Plus-Minus-Reportate, die letzte Woche kam, wurde von dem Reporter bei LinkedIn nochmal geteilt und da meinte er das Zitat, was bei ihm hängen geblieben ist, ist, wir wissen, dass wir betrogen werden, wir können aber nichts machen, sagen dort die Zöllner in Belgien. Und das ist einfach unfassbar bitter, weil Rustam mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben hat, dass in einem Level-Playing-Field auch chinesische Unternehmen eigentlich fast zu den gleichen Preisen produzieren müssten, in der Qualität, die er auch bezahlt. Und dann wäre es ja wieder eine spannende Marktlage. Aber so sind wir einfach ein bisschen zu doof offensichtlich. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann meldet euch gerne. Ich verlinke natürlich die Webseite von Rustam. Ihr könnt euch diese Produkte mal selber anschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich und für diejenigen, die zumindest sonntags drangeblieben sind. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche zu gewohnter Zeit am Donnerstag. Auf Wiedersehen.